Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik und wie ihr seht sitze ich im Büro und deshalb gibt es heute auch keine neue Technikübung für euch, sondern es gibt zwei Neuigkeiten. Neuigkeit 1, wir haben für euch ein Gewinnspiel vorbereitet, dass ihr in diesem und in den darauffolgenden sechs Videos bestreiten könnt und etwas gewinnen könnt. Ihr müsst einfach in den Videos die Begriffe, die wir einblenden, sammeln und zu einem sinnvollen Satz zusammensetzen und diesen Satz an info at swim-performance.de schicken und dann habt ihr die Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen und etwas zu gewinnen. und News 2, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir euch noch gezielter, noch kontinuierlicher verbessern, eure Technik noch verbessern und deshalb haben wir einen neuen Swim Performance Club gegründet, der bald den Startschuss erhält und ihr könnt daran teilnehmen. Alle Infos darüber findet ihr in den nächsten sechs Videos und ich wollte mich an dieser Stelle einfach nochmal bei euch allen bedanken, für diese Abonnentenzahl, für euer Feedback, für euer stetiges Anschauen der Videos und das freut mich immer wieder die Klicks und die Kommentare zu lesen und deshalb danke an euch, ihr seid super, macht's gut, bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.